Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Video und heute will ich mal wieder den 100 Meter Sprint machen und ja ich habe es vor einem Jahr ungefähr gemacht und da habe ich wie viele Sekunden 13 irgendwas oder so ja mal sehen ob ich jetzt mehr schaffe also schnell damit So Kelf ist da hinten und hier ist die Stoppuhr So, Digga, es regnet übelst klumpig Eklig man Digga, ich habe alle gefickt Digga, krass Digga, Alter Kelfmann, wie fühlen sie sich? Alter, ich fühle mich wie, Alter Kelfmann, du hast es geschafft Homie, Digga, ich habe alle gefickt gerade, ich schwöre Digga, das ist nicht mal gefälscht, wir haben gedrückt als du losgerannt bist Was würdest du noch sagen? Leute lasst auf jeden Fall ein Like da, ich habe alle YouTuber auseinander genommen und ja ich würde sagen, abonnieren dafür 1, 2, 3 9 Sekunden Digga, 10 13,11